So, Aufnahme läuft, Ton läuft, geheime Menschen stehen hinter mir. Ich liebe euch so sehr, wann ist nächstes Meetup? Will nur mal ein Selfie mit euch eins. Ihr seid mein Liebling YouTuber scheuen immer gewesen. Auf dein T-Shirt steht Logo. Kannst du nicht einfach die Fresse halten, der, wo dieses Video gemacht hat, weil du bla bla bla, was sie wollen, lieber sehen, als seine Fresse ganze Zeit zuhören? Oh Gott, wie peinlich, hab noch nie so eine schiefe Stimme gehört. Hals, Maul, Pinerin, was denkst du eigentlich, wer du bist? Man merkt, dass du keine Ahnung von Musik hast. Das weiß ich selbst, weil ich Solo-Sängerin bin, also Schnauze-Kackhaufen. Gra-Fick-Karte, 25 Euro. Geil. Da wird auch im Hintergrund gelacht. Gifrit-Trie. Auto, gut, gut. 400 Euro VB. Der Beschreibungstext ist auch nochmal Auto, gut, gut. Katze, in Klammern Frau, 900 Euro VB. Hallo, Susan. Ich verkaufe mein Katze wegen einem Umzug nach einem anderen Ort. Sie ist eine Sie und sehr lieb unverschmaust. Sie heißt EO. Versende eher nicht. Achso, Katze wird nicht, ich werde die gerne jetzt versendet. Für 900 Euro, da ist der Versender wohl hoffentlich mit drin. Begebarer Schrank. Ich hab, als ich das erste Mal gelesen hab, echt lange überlegt, was das heißen soll. Aber es ist wohl ein Begebarer Schrank. Also da steht Begebarer Schrank. Geritt die Schneeke. 10 Euro. Hallo, verkaufe hier die Schneeke von Spongebob Schwammkopf. Sie ist 76 Zentimeter lang und 64 Zentimeter hoch. Ein Auge müsste wieder befestigt werden. Da klingelt mein Handy dahinten. Was soll das denn? Ich danke Ihnen für Ihr Argagement von Herzen. Vielen lieben Dank für alles und das muss bei den ganzen Sorgen auch mal gesagt werden. Ich danke euch auch für euer Argagement. Aber geht damit doch mal zum Arzt. Das lachen wir aus dem Untergrund. Ist doch schlimm. Walkitalki Neu. Ist neu, bei Interesse bitte melden. Ein Walkitalki, Walkitalki. Geil. Ich bin so am Ölen, ey. 90 Quadratzentimeter Haus. Drei Zimmer mit Bett. Zwei Badezimmer. Küche mit Oven. Fridge. Spülmaschine. Eherd. Schön Garten. Kontakt. Telefonnummer. 90 Quadratzentimeter. Ist ein zweidimensionales kleines Haus. Burger und Sandwiches. Neu. Hamburger Klassik mit 200 Gramm Rindfleisch. 100% mit Pommes. Pommes. Neu. Chessburger mit 200 Gramm Rindfleisch. 100% mit Pommes mit Pommes. 6. Handgriefe für Küche. Hallo. Ich verkaufe Metal-Silber-Küchengriefe. Länge 15,5 Zentimeter. Zwei Schraubelöche. Ist 13 Zentimeter lang. Handy. Ei. Pfone. Boah, ich bin so am Schwitzen. Was ist denn los gerade, ey? Blablabla. Gibt es schon viele Menschen, die Sex hatten, nicht Aliens? Gibt es Menschen, gibt es viele Menschen, die Sex hatten, nicht Aliens? Aliens, da weiß ich Bescheid. Aber gibt es viele Menschen, die Sex hatten? Schaukel-Elsch. Verkaufe ein Schaukel-Elsch. Sehr guter Zustand. Das Spiel funktioniert zurzeit nicht so richtig. Ich kann seit gestern nicht mehr an Rad drehen und an den Quids auch nicht. Und noch wie Jedeos kann ich mir alles seit gestern nicht mehr. Das steht nur verfügbar in 18 Stunden und 40 Minuten. Amsonsten zufrieden mit dem Spiel. Ja, ich habe die aktuellste Version. Geht immer noch nicht beim Rad, steht die ganze Zeit 3 Stunden. Und bei den Videos und Quids steht da 4 Stunden und 24 Minuten. Kann jemand mir guten Frisür empfehlen, in der Stadt, der gut Haare färben tut? Kunderbett mit Matatzen und Kinderwichel. Zusammen 50 Euro. Selbe abholen. Was ist denn Kinderwichel? Will ich ein Kunderbett mit Matatzen und Kinderwichel? Nein. Bitte besorgt euch schwarze Brillen, dann merkt ihr, dass es den Mond gar nicht gibt. Es ist nur Projektor. Die Schweine von der NGO und NSA belügen uns schon seit Jahrtausenden. Samsung Not... Darf ich das mal bitte lesen? Notbett, Entschuldigung. Ich lese den jetzt auch mal, wenn ich darf. Samsung Notbock. 100 Euro. Es ist in super Zustand. Sehe Bilder und mit Tasche und Kabel alles bei, außer dass es keinen Werklauf hat. Könnt mir auch eine PN schreiben. Möchtest du den Notbock? Der hat keinen Werklauf. Matthias Reinigung GmbH. Ihr zuverlässiger Partner für professionelle Reinigung. Aber nicht für professionelles Bootsch. Und wie viele haben sich versteckt? Hi, mit was räumt ihr Schnee? Die Punkte sind überm E, nicht überm... Es ist alles falsch. Ich möchte diese Lebensweisheit mit euch teilen. Vertraut ist gut, aber Kontrollen ist besser. Wisst ihr Bescheid. Frauen sind wie Blume. Man muss riechen, Wiesen. Soll ich das jetzt nicht so sagen? Warum guckst du mich nicht an? Hi. Selber habe ich am Weihnachten fünf Paar Gummi-Jeans-Hose from Bruder bekommen. Wahrscheinlich vor Geburtstag. Aber ich dachte an Weihnachten. Was denn nun? Und fünf Paar Gummi-Jeans-Hose? Was ist das? Wie so Paar Hose. Eine Hose. Du brauchst kein Paar. Anonym. Lange Waltezeit. Pissa vergegessen. Unfreundlich. Schon Kalastrophe. Allogant. Das war bestimmt ein Asiate. Der wollte arrogant schreiben. Hat Allo... Entschuldigung. Alina. Was ist das für ein Lid, wo er sagt, Gokom, Gokom. Ich bin Joko Won von Klaas. Was heißt Gokom, Gokom? Bitte um Hilfe, Dnake. Jan sagt. Alina. Das heißt nicht Gokom, Gokom, sondern sowas wie Kogon, Kogon und Sohlheisen, dass es den Schlag von Herzen her symbolisiert. Also beid, du musst genauer hinhören. Hat Gokom, Gokom, Kogon, Kogon, was zur Hölle? Kaffee, Tee, Kakao, Cappuccino, Latte, Maccato. Die Kleine kann alles. Veronika. Der Lenz ist da. Die sollen doch mal einen Denner-Test machen und um rauszufinden, ob es wirklich das Mädchen ist. Man kann auch die Papiere pfälschen, um die Interdität zu pfälschen. Vielleicht ist sie nicht 19 Jahre, sondern erst 14 Jahre alt und wenn sie das alles herausgefunden haben, dann erst mit den Eltern sprechen und nicht vorher, weil die haben genug durchgemacht. Ich kapiere es nicht. Wo gebe ich den Code ein, wo ich das Spiel downloaden kann? Den Code musst du in den Router schmieren. Ist dann ein bisschen braun, stinkt ein bisschen, egal. Dann kriegst du aber den Download. Starte sofort den Download an. Suche ein Mädel für mich. So, hier bin ich auch schon dein Traummann mit vollem dunklen Haar, ein stehlender Buddy und auch mit Gips in der Birne. Ganz klar, ich rocke gerne die Clubs, aber gucke auch gern mal einfach den Duell gegen die Welt mit Joko und Klaus an einen Samstagabend. Alles cool, also kleine Melde dich, okay. Das war doch schon Absicht, oder? Gips in der Birne. Nicht gut. Erste Trainingsstunde ohne Verläsungen überstanden. Kann man Welis mit Lümen Sittig zusammen tun? In die Pfanne? Jo. Schmeckt. Regina. Der Lenz ist da. Einfach schlimm. Wenn vier Monate mit den ekelhaften Mäuse oder Raten leben muss mit fünf Kindern und niemand drum kümmert, wen Ende Monat kommt, woho, dein Mitte gein muss und nicht drauf ist auf der Konto Föhn. Vermieter, dann sind sofort nächsten Tag in Tour. Aber da mit Mäuse und fünf Kinder ist egal, ob Sache kommt, Geld föhnen, nix ist das Feuer. Hä? Warte, Regina. Schade, dass heute keine mehr Korrektur liest. Bandname falsch geschrieben. Peinlich. Sollte einem Marketingunternehmen nicht passieren, wen der Bericht auch sehr schön ist. Schade, dass heute keine mehr Korrektur liest. Der Kommentar war falsch geschrieben. Sollte einem Kommentarschreiber eigentlich nicht passieren, wenn der Kommentar auch sehr schön ist. Dino. 40 Euro. Dino mit Ladekabel, verdrück, wer's und vor, wer's? Abholung in Oberhausen. Wenn er steht, muss er doch ein Wahn-Dreieck aufstellen. Wenn er es nicht tat, ist er am Tod schuld, oder? Ich kann nicht vor Publikum hier, das geht so nicht. Ich verstehe, das ist so wie ein Wahn-Dreieck. Ein Wahn-Dreieck. LG-Handys verkaufen. 25 Euro. Keine Katze am Disple, nur am leichte Macken. Warst-App und Messernger geht sogar Festbock. Die Huhle von hinten hat ein Bisken Farbe Blau soll ganz weiß sein, Sinnblock frei. Der Sinnblock, ey. Wagen beschädigt, Polizei sucht Zeugen. Ein toter Honda wurde vor etwa drei Wochen auf einem Parkplatz an der Innenstädter Straße in Sonthofen angefahren. Was? Da haben wir Honda. Real. Kein Angebot für Neymar. Champions League Sieger Real Madrid hat Berichte über ein Interesse, das an der Verpflichtung von Stürmer-Star Neymar dementiert. Was? Okay. Steht sogar wirklich da. Man wolle für den Brasilianer von Paris Saint-Germain kein Angebot abgeben, hieß es. In den letzten Tagen hatten spanische Medien berichtet, Real wolle für den Zweijährigen 310 Millionen Euro bieten. Ja, so benimmt er sich wie ein Zweijähriger. Bescheidwisser sagt Mein Name ist Johann Petzold und ich bin Komponist. An der Stelle habe ich schon aufgehört zu lesen. So, so, Sie sind also Komponist. Komponismus ist eine linke Ideologie, die man in der Sowirdunion hatte. Und Komponisten wollen das deutsche Volk ausroten. Hm. Äh, letzter Preis? Was meinst du damit? Sag bitte letzter Preis. Letzter Preis. Hallo, haben Sie die Hose auch in Große 48? Liebe Grüße. Guten Abend. Tut mir leid, nein, ich verkaufe hier nur diese eine Hose. Ich verstehe. Aschloch. Nachtstuhl, Preis 20 Euro VB. Heute muss ich verkaufen, ich habe Comedy in gutem Zustand. Ich verkaufe, weil ich nicht gut drauf bin. Ich kaufe immer, wenn ich nicht gut drauf bin. Der Verkauf, ne? Spart Geld. Bringt sogar Geld rein quasi. Einer meiner Lieblings, Lieblings seit locker zehn Jahren. Cola Glas. Abdomen bitte. Ich hätte gern ein Abdomen zum Mitnehmen. Frage ist Fixpreis. Nein. Ich brauche für meinen Sohn, aber ich kann zahlen bis 50 Euro natürlich, wenn es möglich ist mit freundlichen Grüße, Agron. 70? Danke, aber das ist für mich zu viel. Wenn das S3 Handy hat alles kaputt gemacht und ich kann nicht mehr wie 50 E zahlen. Sagen wir 60 Euro Freundschaftspreis. Hässlich Tank, aber für uns ist ein bisschen zu teuer, wir suchen bis 50 E, danke. Hässlich Tank, denk älter. Sony PlayStation 2 Restaurant und vier Nachfüllpatronen für Epson. Restaurant und vier Nachfüllpatronen ganz neu, wie Restaurant. Ich verkaufe ein Restaurant, ach ja, und noch vier Nachfüllpatronen für den Epson Drucker. Macht das Angebot gleich viel schmackhafter. Far Out. Far Out ist ein Retro-Zukunfts-First-Person über Lebensabenteuer, mit der Freiheit, alles zu tun und mehreren Endungen. Du hattest das Glück am Leben zu bleiben, aber wirst du auch überleben? Far Out ist ein umfassender Retro-Zukunfts-Abenteuer-Simulator, der so gemacht wurde wie Space Quest The Dick Full Throttle und so weiter. In diesem Spiel wirst du konfrontiert mit Old School Herausforderungen. Keiner wird dir sagen, was du tun musst. Das ist eine Ein-Mann-Show mit der Möglichkeit, alles zu tun, was du willst, aber denke daran, du musst überleben. Folge dem einzigen Überlebenden der Celine Crew, Labortechniker Zack Peterson. Er ist irgendwo aufgewacht, wo er nicht sollte. Finde heraus, was mit dem Schiff passiert ist, mit der Crew und wie du überleben kannst. Komplette Freiheit, alles zu tun, was mehrere Endungen zur Folge hat. Unglaubliche Musikkompositionen, die das Spielerlebnis vertiefen. Tafelberg bei Passberg in Bayern. Rechts neben dem abgeschnittenen Stumm sieht man einen kleinen Berg. Meiner Meinung nach könnte dieser kleine Berg der Schnittabfall vom Fallen des Baumes sein. Hä? Gefangen im Reptilien-Gehirn. Siehe PPP macht mich ein Glück. Nach der Evolutionspädagogik sind ADHS-Kinder noch im Reptilien-Gehirn gefangen. Sie müssen erst die entsprechenden Bewegungsmuster stabilisieren, damit sie die nächste höhere Entwicklungsstufe erreichen. Pädagogische Fachkräfte, wie ich ja auch einer bin, müssen den Kindern Angebote machen, welche die Bewegungsmuster eines Krokodils abwarten können und loslegen, stabilisieren. Dann werfe ich den ADHS-Kindern bald einfach nur rohes Fleisch vor und mache natürlich aus ihrer Haut Handtaschen. Klar. Liebe Gemeinde, ich habe im Moment ein großes Problem. Wir sind im Urlaub und die Mücken sind enorm. Mein Mann will sie alle erschlagen. Ich finde das nicht gut. Es sind doch auch nur Lebewesen. Wie macht ihr das? Redet ihr mit ihnen? Was kann ich tun? Wie kann ich mit den Mücken Kontakt aufnehmen, damit sie sich vielleicht woanders Nahrung suchen? Bin dankbar für jede Hilfe. Mücken lassen sich sehr gut im Kollektiv ansprechen und sind auch zur Kooperation bereit. Bitte sie einfach woanders ihre Nahrung zu suchen. Ich gebe ihnen immer die Wahl weg zu gehen oder zu sterben und erkläre ihnen dieses zwei Wege auch. Gib aber Acht, dass sie nicht alle ihren Durst bei deinem Seelentier zu stillen versuchen. Du führest ihm sonst unnötig Leid zu. Also wenn du jetzt mal eine Mücke siehst, aber die kann man halt am besten im Kollektiv. Wenn es eine Mücke in eurem Zimmer ist, der könnte wahrscheinlich nicht reden. Die denkt, ey, ich bin eh der Geilste. Aber ich könnte mal versuchen ihr zu sagen, ey, geh doch mal ab. Geh bitte nicht zu meinem Seelentier. Geh, weiß ich nicht, zu irgendeinem anderen Nachbarn. Der Nachbar ist nicht mein Seelentier. Nackensteaks mariniert vom Schwein. Ist aber nicht nett, dass die da den Marinateur einfach als Schwein betiteln. Finde ich nicht gut. Bratpfanne Schone, gunstige Bratpfanne. Allerdings die Beschichtung erneut mich mit nach meiner Meinung schlechtesten Tefalpfannen. Bin gespannt, wie lange die durchaus. Durchaus. Schon vor vier Jahren hatten die Japaner den Rekord aufgestellt. Der Minenmauer schaffte eine Spitzengeschwindigkeit von 187 kmh. Doch ein Jahr später brach eine norwegische Tuningfirma diesen Wert. Mit 215 kmh war deren Mäher mit vor acht Monaten Motor aus einer Korvette fast doppelt so schnell. denn 187 x 2 sind ungefähr 215. Gastartikel Veröffentlichung von Laura. Guten Tag, mein Name ist Laura und ich bin eine Anfängerautorin von Artikeln für Blogs und Seiten verschiedener Thematik. Ich bin junge Mutter und das Artikel Schreiben hilft mir, sich weiterzuentwickeln und nicht zu degradieren. Ich finde ihre Webseite sehr interessant und modern und möchte gerne einen Artikel auf ihrer Webseite veröffentlichen. Ich bin überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit gute Ergebnisse für uns beide bringt und einen Mehrwert für unsere Entwicklung hat. Ich kann Ihnen folgende Themen für die Artikel vorschlagen. Idee 1 Drei wirkende Wege die Pausetaste zu betätigen. Ist nicht leicht. Idee 2 Positive Vorteile von Yoga für die Freuengesundheit. Idee 3 Gesunde und leckere Reisebegleiter. Ein Buch oder was? Idee 4 Beste Orte in der Welt für Yoga. Herzlichen Dank für Ihre Antworten und ich hoffe auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit freundlichen Grüßen Laura. Original Moiki Oberteil Hallo, biete hier ein gerades Original Moiki Oberteil an. PayPal und Versand sind möglich. Ach, es geht um den Bierbauch. Das ist mein Bauch. Guck mal, das ist mein Bauch. Guck mal, das ist mein Bauch. Hallo, ich interessiere mich für den Bürostuhl. Wie intensiv wurde der benutzt und von wem? Nur von mir, nicht täglich, der Stuhl ist ca. 3 Jahre alt und in einem sehr guten Zustand. Darf ich sie auch zusammen mit dem Stuhl mitnehmen? Wat? Warum? Ich hab Angst vor eBay-Kleinanzeigen. Ist dieser Artikel verfügbar? Willst du die abholen? Nein, Falk gedrückt entkühlige. Kampagnen? kostenlos angeboten werden. Käufer der Kampagnen sollen irgendwie und in besonderer Form entschädigt werden und zwar mit nicht näher benannten Dingen, die sonst nicht nirgendwo erhältlich sein werden. Nicht nirgendwo, also überall. Tase. Ich großer Fan von Hund, darum ich kaufe ein Tase von Hund, weil ich mag Hund. Der Hund sehr fröhlich und sehr gut. Ich trinke jeden Tag Vasertee, Wodka, Kaffee aus Tase. Der Hund macht mich sehr glücklich, weil er sehr fröhlich guckt und es macht mich vergesen schreckliche Ehe mit Frau Hund. Gut. 10 Punkte für Hund. Er ist gelb. Entschuldigung. Ah, schön. Suche Heizkosten. Ich hab welche, kannst du haben. Obst- oder Weinkisten gesucht. Ja, warte, nur Heizkosten oder Obst- oder Weinkisten. Heizkosten hab ich den Rest damit nicht. Hallo, ich wollen ihre Apple-Smartwatch kaufen, wann okay ist Verbindung mit Bluetooth oder SIM-Karte-Laden- in Kabel-Inklusive. Ich wohne in Bregenz-Vorarlberg. Hallo, ich wollen ihre Apple-Smartwatch kaufen, wann okay ist Verbindung mit Bluetooth oder mit SIM-Karte-Laden- in Kabel-Inklusive. Ich wohne in Bregenz-Vorarlberg. Ich habe manchmal so ein paar Wut-Probleme. Wie heißt das? Ich bin ein kleiner Quiriker. 1.690 Euro Fest-Price. Golf 4 mit TÜV ohne Problem. TÜV 2 Jahr her, 7 2020. A. B. S. Kilometer 129.101. Schieben-Dach 2001. Watt. 116 PS, Benzine, Euro 4, Bordcomputer, Radio-Bloy-Tooth, Elektrik-R-Fensterhaber, Servolenkung, Außenspiegel elektrisch, elektrische Wirkfahrsperre. So viel Teile ist eingebaut, Reifen neu, extra Sommerreifen, La-ÜVT, Filter, Motor, Oil, Zahn, Reimen, Bremsen, Lambda-Zumde, Neu, Strüm, Plag, Kalime, Anlager, Neu, Motor ist gut im Zustand und trocken. Das Auto befindet sich in gutem Zustand ohne Problem. Kaugel. Zuverschenken. Oh, lecker. Zuverschenken. Warte, was ist das? Garderobe. Ich hätte lieber das Schinken. Mein Fernseher ist sehr schön. Preis 100 Euro. Ich verkaufe meinen Fernseher, alle, alle Ordnung funktioniert. Das ist schön. Mein Fernseher ist sehr schön. Reinigungsfirme. Ich habe Reinigungsfirme. Ich. Herzlichen Glückwunsch. Ist dein Fernseher auch sehr schön? Oder hast du auch eine Warteverfaschie, du kriegst auch noch 90 Euro. Werkbank und Scheiß-Trafo. Werkbank mit Schraubstock, sehr massiv aus Holz, Größe 170 x 80 x 80. Schweiß-Trafo für Elektroden für 380 und 220. Alles ersichtbar laut Bild. Bei Verkauf laut EU keine Rücknahme und keine Garantie mehr. Läuft der Schweiß in die Ohren. Der Scheiß-Trafo. Ah, das war's. Oh mein Gott. Das war die 126 Rechtschafffehler. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Einsendung. Vielen Dank an die Dame im Off. Ich habe sie bestimmt ein paar Mal reingeschnitten, auch wenn sie mich dafür hassen wird. Wir sehen uns in zwei Wochen in den Failern unter der Woche die Let's Plays. Im Moment Football, Tactics and Glory und Dings, Neverwinter. Und ja, was möchtest du sagen? Kommt doch noch so kurz jetzt. Wenn die Temperaturen unter 10 Grad, äh, unter 30 Grad sind, dann ja. Nein. Also vielleicht diese Woche. Wenn ihr das jetzt am Montag seht, wenn ich es schaffe, das zu schneiden, was ich mal hoffe, dann Stream. Also bis nächste Woche oder sonst wo oder im Solarium in der Tiefkühlkammer. Macht's gut. Tschüssing. Was sagt denn Tschüssing? Was lauer ich denn für ein Scheiß? Kannst du nicht einfach die Fresse halten, der wo dieses Video gemacht hat, weil du bla bla bla, was sie wollen, lieber sehen, als deine Fresse ganze Zeit zu hören. Nee, zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dings